hallo zurück so weiter geht's wir wurden ja etwas unsanft konnte man sagen nach wiegenbruch übergetreten von einem riesen jetzt können wir weiter machen müssen namens befreien und die torverlegung lösen jeweils vier stück von auch noch noch mehr was die lösung lässt ist man gut was hier noch weiter 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 da ist noch ein mammut das ist noch eins riesen südhors entriegeln war mal aber war meine schöne idee an diesen fixen einmal was neues könnte ich vorher so auch noch nicht oben oder wo erste zur verriegelung offen ich war dann noch mal mut das zweite teile sie doch arme ist mammut ich befreie dich gleich rette nach ist man mut da war schützt es sein oder andere spiele ich dachte schon ich bin buch die 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 zu haben wir fertig wir gehen wir jetzt im nordtor auch noch da zwei verriegelungen und ein mammut müssen wir noch wo ist mein viertes mammut ach der englisch 1 ok darauf das ist auch noch eins Schimmertz Ich bin ja nie Ja ja, ist ja gut abgeschlossen dass ich ein bisschen kalt so obenum sind gut wenig ein weiter kälte hier naja das nord tor wo ich dir noch eine tor verringern haben wir es komm rein raus wie wir wollen hallo ach komm es war auch noch jetzt in die arena von gegenbruch noch ein paar warum nicht sehr tollen derzeit erstocken seite viel mehr darunter ein flüsschen war er ein bach ne ich sie leiden ja hier ist ja zufrieden ihr habt euch gut ich denke ich denke nicht ihr könnt nicht die arena von wiegen hoch könnten busses kombat ein thema sie von ton ich niemals wirklich für etwas besonderes mal sehen wie ihr mit drei meiner besten sein problem ja du bist jetzt zerstört so tschüss wir kommen heute mit einem hohen russ war auf das ball maxima will wir gefunden und tschüss er war das bein ist nicht mehr befunden aber spätig hier wegen beruf und erledigt willkommen zurück ich habe gespürt wie seine lebenskraft ihn verließ abgeschlossen gegenbruch abgeschlossen und schatten noch mehr das war es gut ja alles fällig ja für noch ein b-punkt fehlt noch weg schreien weg schreien eine höhle alles besser noch mal später auch sie haben als ost mal stoffen fertig manchen als gedacht nein nicht mit ihr moment ja noch anders das muss ja hier nach die scharen und schatten fällen die fehlen auch kommen kommen da kann man durch ja braucht man es mal hier wir sehen wir frei ostmarsch erledigt dann viele waren riesen karte war sehr viel los mein gott weg hier lange heizen aus dem süden in den süden na wo ist das türchen wird richtig ist noch ein bisschen nach dieser weg auch wenn man hier noch ich kann es nicht fassen wo bin dann welche auch nicht genau nicht was gerade aus der scharen angekommen dieser hat mich geschickt es ist eine danke für eure hilfe ich nacht die scharen ja und sie so sehen wenn ihr dann dreht ran dass wir hingegangen sind bis ich da noch für dich alles einsammeln mit der ruhe der herr doktor konnte gleich so hier geht es nach die scharen er hat zwei gebiete haben wir eben als pakt aufwärtig ich will die nach altmeere dominion dann haben wir so weit erstmal alle einmal geklappert kommen noch ein paar biete mehr dazu die man noch machen wie sommerseid inseln morrowind wenn wir so auf angeb einfallen natürlich unsere hauptgeschichte möchte auch noch später sagen wir mal ja ich sehe schon mehr zeit ist mir oben ein guter ausgang der folge ich sagen jetzt hier ihr schluss heute wir sind die nächsten folge bei eh so dann fangen wir mit die scharen an also bis dahin schön mitte